Hier präsentieren wir die 5 beste Baguette Form Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Homewit 3 Mulden Baguette Backblech. Das Baguette Backblech hat zahlreiche kleine Löcher, durch die die Feuchtigkeit des Teigs entweichen kann. Diese Konstruktion garantiert eine optimale Wärmeleitung und Sauerstoffzufuhr während des Backvorgangs, so dass das Baguette außen knusprig und innen weich wird. Die Oberfläche des Baguette Blechs ist mit einer hochwertigen Antihaftbeschichtung versehen, so dass das Baguette nicht daran kleben bleibt. Es wird jedoch empfohlen, das Blech vor dem Gebrauch in einem heißen Ofen vorzuheizen. Nummer 4. Kaiser Inspiration Baguette Backblech perforiert 40,5 x 20 cm. Die Baguette Backform Kaiser Inspiration hat eine Antihaftbeschichtung, die speziell für Sauerteig entwickelt wurde. Sie kann zwei Baguettes mit einer Länge von ca. 40 cm gleichzeitig backen und ist damit ideal für eine schnelle Beilage oder ein Frühstück für eine oder zwei Personen. Das einzigartige Loch sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt auch für eine optimale Wärmeübertragung bei Temperaturen von bis zu 230 Grad Celsius. Kaiser gewährt außerdem 3 Jahre Herstellergarantie auf die in Deutschland hergestellte Antihaftbeschichtung des Backblechs. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Baguettes Form E-Box 390 x 240 mm Emil-Henry 9506 bis 34 Grand Cru. Die Emil-Henry Grand Cru Backform für Baguettes bietet Ihnen ein unverfälschtes Back- und Esserlebnis. In dieser feuerfesten Keramikform mit Deckel können 3 Baguettes gebacken werden. Die Form kann im Ofen, auf dem Herd oder in der Mikrowelle verwendet werden und ist dank der speziellen Glasurspülmaschinen fest. Die Backform kommt aus Frankreich. Emil-Henry bietet außerdem eine 10-Jahres-Garantie und einen Rezeptführer, der leider nur auf Französisch erhältlich ist. Auch wenn man etwas tiefer in die Tasche greifen muss, lohnt sich die Porzellan Baguette Form von Emil-Henry für ein einzigartiges Backerlebnis. Nummer 2. Lique Baguette Form Braun Die Mini Baguette Backform von Lique aus Silikon besticht durch hochwertiges Platinsilikon, vier kleine Vertiefungen mit einer Länge von jeweils ca. 8 cm und eine edle Optik. Das Silikon ist mit einer Antihaftbeschichtung versehen, die das Heerauslösen der kleinen Baguettes aus der Form zum Kinderspiel macht. Zwischen minus 60 und plus 220 Grad Celsius ist Lique Form stabil. Die Silikonform kann auch in der Mikrowelle und in der Spülmaschine verwendet werden. Glutenfreie Versionen der Rezepte sind ebenfalls enthalten. Wenn Sie lieber kleinere Brötchen als riesige Baguettes mögen, ist diese Mini Baguette Form eine gute Wahl. Und die Nummer 1 unserer Liste. RBV Birkmann, 210.141, Leib und Seele. Das Baguette Blech 210.141 von RBV Birkmann ist unser Top-Favorit. In diese Backform passen bis zu 3 Baguettes mit einem Gewicht von je 300 Gramm Teig. Die Antihaftbeschichtung der Baguette Pfanne aus Karbonstahl ist fein gelocht und garantiert, dass das Brot von allen Seiten knusprig wird. Heizen Sie den Backofen auf 230 Grad Celsius vor und backen Sie Ihre Baguetes. Zu Ihrer Bestellung erhalten Sie von Birkmann auch ein Rezeptheft. Die Baguette Form von Birkmann ist Ihre erste Wahl, wenn Sie eine Baguette Form suchen, die preiswert, perfekt für kleine und große Teigmengen und einfach in der Handhabung ist. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.